Ach, Quatsch, der Typ kann sich doch überhaupt nicht konzentrieren. Der würde sich selbst beim Elfmeter ablenken lassen. Stimmt, der hat viel zu wenig Würst. Und nur Disziplin. Disziplin, ein sehr gutes Stichwort. Frau Miesbach, ich glaube, ich brauche ein neues Platz. Ich habe doch gesagt, nicht so viel Wasser. Ja. Leute, ihr müsst einfach besser zuhören. Ja, und was ist mit diesem Friedrich? Der Tierflüsterer vom Bauernhof. Der hat auch zwei linke Beine. Der soll er damit Bundesliga mäßig kicken. Außerdem ist er doch die ganze Zeit im T-D-League und du baut mich auf den Bolzkopf. Also ist Körperkloss auch raus? Na ja, dann bleibt nur noch Urkern. Ja, das könnte man auch. Der hat aber schon coole Tricks drauf. Ja, ein verdammt großes Ego. Kommt, die aus dem Wedding. Wie Prinz Wedding und Jerome. Ja, genau, die kenne ich auch. Wenn ein Gaube und so sie zuschelt. Halt doch einfach den Mund. Tja, dann ist wohl klar, wer unser Fußballstar ist. Tja. Tja. Tja.